Neues Zoom-Update, neue Funktionen. Zoom stellt in der aktuellen Software die Question-and-Answer-Funktion der Webinar-Lizenz nun auch in Meetings zur Verfügung, allerdings mit ein paar Einschränkungen. Mehr dazu in diesem Video. Bis gleich. In der aktuellen Version ist es nun auch in einem regulären Meeting möglich, die Frage-und-Antwort-Option von Zoom, die es bislang nur in der Webinar-Lizenz gab, zu nutzen. Allerdings, und das ist die große Einschränkung, nicht in Einzellizenzen, sondern nur in Business- und Education-Tarifen. Damit so etwas genutzt werden kann, muss diese Funktion als allererstes freigeschaltet werden und dafür muss der Zoom-Administrator oder die Administratorin in die Kontoverwaltungen gehen, in die Kontoeinstellungen und dort unter Im Meeting erweitert die Q&A in Meetings-Option erst einmal aktivieren. Ist diese dann aktiviert, sollte das eigentlich bei den Teilnehmern, bei den LizenzinhaberInnen entsprechend auch vorhanden sein. Ansonsten unter Einstellung gucken im persönlichen Bereich, auch hier im Meeting erweitert und dann Q&A eben aktivieren. Diese Funktion, die ist nicht in jedem Meeting automatisch verfügbar, sondern sie muss erst einmal aktiviert werden, beziehungsweise mitgeplant werden, was in der Zeit nur im Browser funktioniert. Das bedeutet, ich gehe hier im Bereich Meetings auf ein neues Meeting planen, gebe hier die Daten ein, wie ich das so oder so schon kenne, scrolle dann runter, blende mir die weiteren Optionen ein und wähle dann die Option Fragen und Antworten aus. Und dann ist diese Funktion auch im Zoom-Meeting vorhanden. Und wie das konkret aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Ich habe hier eine Zoom-Konferenz vorbereitet, mit einmal mir als Host und zweimal mir als Teilnehmer, um jetzt einfach mal zu demonstrieren, wofür so ein Frage-und-Antwort-Tool einfach auch da ist und wo die Vorteile gegenüber dem Chat liegen. Als erstes entscheide ich als Host, ob ich das Tool zur Verfügung stellen möchte oder nicht. Das kann ich unter dem Bereich Sicherheit tun und dann hier den Haken Fragen und Antworten aktivieren, entweder wegmachen, dann ist auch die komplette Funktion bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verschwunden oder ich klicke drauf und dann ist die F&A-Funktion wieder da. Und wenn ich jetzt hier mal in meine Teilnehmeransicht schaue, dann sehe ich, dass sowohl in der Zoom-Software als auch im Browser Fragen und Antworten zur Verfügung stehen. Hat jetzt ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin eine Frage, klickt sie auf das F&A-Symbol und kann hier diese Frage stellen. Und diese Frage geht dann erst mal direkt an den Host. Das heißt, die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehen die Frage erst mal nicht, sondern jetzt sieht erst mal nur der Host die Frage. Ich schalte zurück und ich sehe hier unten bei F&A ist so ein kleiner Batch dazu gekommen, eine Benachrichtigung, dass eine neue Frage eingegangen ist. Bereich offen. Und dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit, erst mal Fragen zu sammeln und dann zu sagen, ich antworte in Echtzeit. Das heißt, ich antworte live in die Kamera oder ich gebe per Text meine Antwort ein. Wenn ich live sende oder live beantworte, dann wie gesagt auf diesen Button draufklicke, verschwindet die Nachricht danach in die Kategorie beantwortet. Genauso wie wenn ich jetzt hier schreibe oder schriftlich antworte senden, dann finde ich diese beantwortete Frage in der Kategorie beantwortet wieder. Und in diesem Moment, wo ich die Frage beantworte, dann sehen auch die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer die entsprechende Antwort und auch die entsprechende Frage. Das heißt, man sieht dann als Teilnehmer erst mal nur die beantworteten Fragen. Das ist jetzt aber auch alles eine Einstellungssache, denn ich habe als Host die Möglichkeit, hier noch ein bisschen am Einstellungsrad zu schrauben. Ich kann nämlich festlegen, dass Teilnehmer nur die beantworteten Fragen sehen oder dass sie alle Fragen sehen und diese auch bewerten oder kommentieren können. Was heißt das ganz konkret in der Praxis? Ich schalte hier noch mal um auf meine Teilnehmeransicht und jetzt habe ich hier als Teilnehmer noch mal eine Frage. Frage 2, klicke auf Senden und diese Frage erscheint jetzt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch und die dann sagen können, oh, ich habe ja die gleiche Frage. Die klicken dann auf Daumen nach oben und bewerten die positiv und je mehr Likes eine Frage hat, desto höher rutscht die auch für den Referenten oder die Referentin oder den Host dann in der Hierarchie auch nach oben. Und es besteht auch die Möglichkeit, die Frage zu kommentieren. Ich habe die Antwort und entsprechend hier schon mal so ein bisschen in den Diskurs einzusteigen. Ich schalte noch mal zurück auf die Host-Ansicht. Im Bereich offen ist jetzt diese zweite Frage. Ich sehe auch schon von Demo 2 die Antwort. Ich sehe, dass hier die Likes sind und habe dann jetzt entsprechend die Möglichkeit, ja auf diese Frage zu reagieren, wie ich es für nötig halte. Frage und Antwort ist im Prinzip eine Kanalisation der Rückfragen und des Feedbacks. Ich kann steuern, wer sieht die Rückfragen. Ich kann dafür sorgen, dass die Rückfragen nicht verloren gehen, weil stellt euch einfach mal vor, ihr habt den Chat, 50 Teilnehmer schreiben, in den Chat ihre Fragen, die sind ja ruckzuck weg und dann verliere ich die aus den Augen. Und hier habe ich einfach die Übersicht, offene Fragen und beantwortete Fragen und ich habe auch die Möglichkeit, Fragen abzuweisen, wenn die einfach zu blöd sind oder jemand da auch missgeschrieben hat. Ich habe die Möglichkeit, andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Beantwortung der Fragen mit einzubeziehen und somit auch schon wieder so einen partizipativen Aspekt auch zu schaffen. Genauso können andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer diese Fragen liken, voten. Was mir wiederum hilft, eine Priorisierung reinzubringen, wenn ich nur noch zehn Fragen zum Beispiel habe, aber nur noch Zeit für drei Antworten, dann ist das ein tolles Hilfsmittel, was mich als Host weiterbringt. Daher mal die Frage, nutzt ihr dieses Feature? Kanntet ihr es schon oder kennt ihr es jetzt erst? Vielleicht lasst uns auch mal diskutieren über so didaktische Einsatzmöglichkeiten. Wann nutzt ihr das Question & Answer Tool? Wann den Chat? Habt ihr da schon mal bestimmte Erfahrungen gemacht? Schreibt uns das mal in die Kommentare. Lasst uns das darüber diskutieren. Finde ich ein ganz spannendes Thema. Ansonsten erstmal alles Gute und bis bald. Tschüss.